Wartungs- und Inspektionsmanager. Heute ist die Einführung neuer Technologien eine tägliche Herausforderung. Mit der Plattform Seerful profitieren Sie von einer einfachen und globalen Lösung für Ihr Industrieanlagenmanagement. Seerful ermöglicht es Ihnen, schrittweise Fuß zu fassen in der 4.0-Industrie. Sie haben Zugriff auf eine komplette Palette skalierbarer Funktionen, die auf die Lebensdauer Ihrer Anlagen zugeschnitten sind. Seerful ermöglicht Ihnen die Herstellung Ihrer Anlagen gemäß Richtlinien. Die Verbesserung Ihrer Inspektionsprogramme unter Kontrolle der gesetzlichen Anforderungen auf internationaler Ebene. Mit Seerful erhalten Sie außerdem Informationen über die Leistung Ihrer Anlagen und können somit auf der Grundlage basierender Anlagedaten die besten Entscheidungen für Ihren Betrieb treffen. Wählen Sie die besten Wartungsstrategien und verwalten Sie geplante Außerbetriebnahmen. Erstellen Sie die für Sie passende Lösung, indem Sie die benötigten Lösungen von Drittanbietern hinzufügen. Diese außergewöhnliche Konnektivität der Plattform Seerful ermöglicht es Ihnen, Dateien und alle Informationen Ihrer verschiedenen Lieferanten zu verfolgen. Schweißnähte, Anlagedaten, Materialien – eine Revolution in der Welt der Inspektion und Wartung.